Du sagst es, die Vorbereitung war ewig lang. Ich glaube, wir haben im Juli angefangen. Das zieht sich immer wie ein Kaugummi hin. Aber es hat mir gut gefallen. Ich glaube, dass man sagen muss, dass wir uns ganz gut entwickelt haben in der Zeit. Dass wir von Spielzuspiel auch irgendwie uns gefunden haben und dass wir hoffentlich jetzt bereit sind für Samstag. Das ist eigentlich gefühlt wie jedes Jahr. Wir müssen halt versuchen, unsere Fehler zu minimieren. Die sind immer noch ein bisschen zu hoch tatsächlich. Und wenn wir das schaffen in den nächsten Wochen, die noch weiter abzustellen, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, das ist recht einfach zu formulieren. Wir wollen natürlich gewinnen. Wir wollen zwei Punkte holen zu Hause, einen guten Start hinlegen und ein anderes Ziel kann es da nicht geben. Bis zum nächsten Mal.